die dings geben ein meiner kügelchen und man doch ein bisschen mehr raus als ich gedacht ja ja gedacht und hochkommt um da hoch ich intelligent anstellen würde man kann die bestimmt dann als anke enter hakenpunkte nehmen hallo großer computer kopf die ganze zeit wissen was erzieht weg zu ihr säcke ok der ist gut seid ihr ja es ist schön versteckt kann man nicht meckern geld haben derzeit ich 961 holen wir uns doch noch die letzten paar münchen kann ich mir meinen trank holen ich will mir auf die trankaufbesserung sparen jetzt bestimmt auch noch lang ich brauche es ich brauche es ich brauche es gut der lässt mich noch nicht durch aber das können wir jetzt auch schon auf ihren sitze 999 hier fehlt eine münze eine verkackte ja damals aber dich noch ab gleich noch mal auf feuer holen wir uns den trank wir holen uns danach den trank doppelt gerannt einen weiteren heiltrank ist bin ich gespannt was man mit der sanduhr machen kann die ist ja nicht umsonst da war ja nicht umsonst das zeichen für die komischen türen haben wir hier eine in der nähe nicht dass man die hier drauf sieht doch da ist ein wir gucken mal so so die sind alle wir müssen sterben warum müssen alle sterben wir müssen alle sterben weil tot jetzt hier einsätze das nicht wirklich wahrscheinlich nur zum verlangsamen den wir gehen Tschüssi. Tschüssi. Oh. Oh. Ah, dich wollen wir nicht. Au. Wir wollten die Strandpromenade da runter gehen. Trägt mal einen Schluck. Wir wollen mal lang. Was bist denn du für ein komischer Vogel? Okay. Hier sind... Da. Dann geht's vorbei. Laut dieser Warte. Nein, hier geht's nicht runter. Danke. Hm. Ah, hier geht's durch. Manche Wege sind auch echt schlicht zu sehen. Das scheint alles gewesen zu sein. Das kommt grund? Nein, hier geht's nicht. Hm. da sieht es aus als wäre da eine höhle unter dem wo wir jetzt gerade stehen wieso hier so oder hinter dieser kann doch nicht sein dass wir da müssen wir irgendwie drüber fliegen was kann man nicht hier ist ihr sagt nichts damit kann ich auch nichts machen sieht halt wirklich nur so aus als könnte man bis hier hin und nicht weiter da war eine leiter versteckt das stört es ab toll bibliotheks anbauen so wir haben etwas weiteres geschafft irgendwie laufen da linien zu dem mittler da kommen wir nicht runter und die leiter ist mir die sanduhr warte mal du hast ja hier diese 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 brücke also hier ist das alte haus da gehst du runter zur brücke gehst links an der brücke vorbei runter auf den strand und dann direkt da unter der brücke da ist die sanduhr versteckt ich hab bloß noch keine ahnung was die macht außer zeit einfangen ich kann mal gucken dass wir in den normalen gaming stream wieder rüber gehen ich habe auch ein messerchen gekriegt ein eismässerchen ich habe auch ein bisschen jetzt schießt was die kriegt man definitiv die was bist du denn immer wieder zurück es leuchtete hier schon wieder passagen wiege oben ist ein gegner wir müssen glaube ich die komischen vierecke aktivieren wieder nicht viel tun und hier spielt ist nicht meine schuld du kannst auch einfach zugucken ich zwinge niemanden zu irgendwas ja komm auf bin also auf wasser da haben wir komische schräge vögelchen keine ahnung wo ich hier lang laufe da tropft magie raus diese kappen wo sind diese kappen seite 20 haben die seite 20 schon nein haben wir nicht da unten ist was großes hier geht es nicht weiter ich komme nicht durch weil die tür ist von der anderen seite zu da ist ein komischer vogel da gibt es noch mal in koko da gibt es noch mal in koko kommen tschuldigung vögelchen magic mushrooms so shortcut aufgebaut hier ist auch so ein Hubschrauber hmm Hmm.